Der Stellplatzführer Sardinien zeigt alle wichtigen Stellplätze, Campingplätze und wohnmobil geeignete Parkplätze entlang einer Route um Sardinien. Die Route führt entlang der Küste Sardiniens, beginnt in Olbia und umrundet die Insel zurück nach Olbia, dem Hauptfehrhafen von Sardinien. Das Video enthält nur ausgesuchte Plätze mit Bild. Im Buch sind alle Plätze ausführlichst dokumentiert mit Koordinaten, Ausstattung, mehreren Bildern und einer Beschreibung der Plätze. Die Daten der Plätze werden durch zeitnahe Aktualisierungen immer auf dem neuesten Stand gehalten, geschlossene Plätze entfernt und neue Plätze hinzugefügt. Ebenso werden Änderungen aus neuen Kommentaren von Europas führendem Wohnmobilportal MeinWomo ständig eingearbeitet. Im E-Book befindet sich außerdem ein Link, mit dem man sich die Karten dazu laden und wahlweise ausdrucken kann. Wir zeigen die Route des Buches im Schnelldurchlauf und stoppen kurz an einigen ausgesuchten Plätzen. Das Video kann ja von jedem, der Details sehen will, an jeder beliebigen Stelle angehalten werden. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020